Asthma ist eine Entzündungskrankheit. Durch eine Verengung der Atemwege kommt es anfallsweise zu Luftnot. Die Krankheit wird teilweise vererbt. Man ist eher betroffen, wenn die Vorfahren auch schon Asthma haben. Aber auch Umweltfaktoren wie Abgase beeinflussen das Asthma. Man spricht deshalb von einer multifaktoriellen Krankheit. Ein Asthma-Gen, das die Krankheit auslöst, gibt es nicht. Verschiedene Gene wirken zusammen. Ein Gen auf Chromosom 5 enthält die Bauanleitung für ein Eiweiß, das in der Muskulatur der Atemwege vorkommt. Wird es aktiviert, entspannen sich die Muskeln. Bei Asthmatikern ist dieses Gen leicht verändert. Als Folge kann das Eiweiß die Entspannung weniger gut auslösen.